Hallo und herzlich willkommen, hier ist euer Elbibson und wir finden uns in Call of Duty Black Ops 3. Wir sind auf der... Oh mein Gott, ich wurde drei weggesniped. Wir sind auf der Map Infection und ich spiel die Waffe VMP. Ich hab keine Ahnung, wie die Gegner so drauf sind. Das ist die erste Runde gegen diese komischen Gegner. Oh, sie scheinen alle zu campen. Das ist nicht so nett. Die hole ich mir da jetzt alle raus. Ich weiß nur, ich hab nur noch keinen Plan wie. Okay, das hält mal. So. Oh mein Gott, ich lebe noch. Alles gut. Okay, jetzt laufe ich einfach erstmal. So, den hab ich. Ich glaub, das war der von oben. So, den hab ich auch. Und jetzt gehen wir hier oben rein. Okay, hier scheint keiner mehr zu sein. Schade. Okay, SVG. Das ist doch ein Sniper, oder? Ja, das ist ein Sniper. So, hier oben ist ein beliebter Sniper-Spot. Aber das, äh, da campe ich jetzt bestimmt nicht. Mache ich normalerweise, aber nicht während der Aufnahme. So, da... Oh, oh, across the map, Nate. Nice, nice, nice. So muss das sein. So, den snipe ich erstmal. Nein, fall doch nicht von der Map. Dich hätte ich auch noch gerne gehabt. Okay. Across the map, Nate. Und ein Sniper-Kill. Was will man mehr in der Aufnahme? So, das Sniper... Ach, ne, das ist ein Teammate. So. Boah, ich hatte so Angst vor dem. Komm schon, bitte. Okay. Friss die Nate, bitte. Das wär sehr lieb von dir. So, hier ist noch einer. Scheiße. Komm, nochmal. Einmal noch. Dann bist du down. Einmal. Oh Gott. Okay, noch einmal, bitte. Okay, der nächste darf kommen. Den hab ich doch leider nicht geholt. Ach, scheiß drauf. Ich rush jetzt einfach mal rein. Wenn ich jetzt sterbe, ist ja auch nicht so schlimm. Okay, das Aim war leicht am strugglen. Passt schon. Okay, den gönne ich mir. Der ist down. Dann gönne ich mir den. Und den, würde ich sagen, den, die haben wir. Oh nein. Fuck. Ich wollte nachladen. Hätte ich mal abgebrochen lieber. Okay. Die Nate, die könnte treffen. Schade. Sie hätte treffen können. So, hier oben ist einer. Den hab ich, glaub ich, schon gesehen gehabt. Ja. Oh, es ist scheiße. Hier hinten. Der Sniper, den hab ich. Oh mein Gott, du bist so ein Buster mit der Dragon, Mann. Ich hasse die scheiß Waffe. Da erstmal drauf, ne. Cross the map, Nate. Gönnt euch. Okay, gönnt euch nicht. Scheiße. So. Teammate hat den gar nicht. So ein Dreck. Das war mein Kill. Okay, hier ist keiner mehr. Hähn wir mal die EZ. Oh, ja, ja. Erstmal hier durchziehen. Der kommt hier, glaub ich, gleich. Werfen wir die Nate hin. So. Gefährlicher Laufweg. Hier. Jo, ich schluck noch mehr. Alles klar und dann nur assist. Oh nein, nicht schon wieder der Sniper mit der Dragon. Teammate hat den. Okay, gut. Vor dem hau ich erstmal ein Ründchen ab, würde ich sagen. So. Hier ist noch einer. Wenn wir jetzt hier reinlaufen. Wenn ich das überlebe. Okay, Teammate hat den. Traurig. Das war mein Kill. So, den habe ich Sichtpuls an. Der Sichtpuls war Verschwendung. Egal. Die Nate, die Shepard, oder? Okay, danke Sichtpuls. Das war sozusagen Freekill. So. Wo sind noch Gegner? Ich brauche Gegner. Ich will Gegner haben. Ja, mit der ICR fühle ich mich unwohl. Die schießt ein bisschen. Aua. Die schießt ein bisschen langsam. Oh mein Gott. Action, Action. Let's go. Sehr gefährlich. Eins. Okay, der ist hinter dem Panzer da. Oh. Oh, Shotgun. Nein. Warum Shotgun? Ich dreh durch. Shotgun. Nein. Warum? Was habe ich dir getan, dass du mich mit Shotgun holst? Oh, Across the Map. Ich habe den gleichen geholt. Ja, wahrscheinlich den gleichen, oder? Across the Map, Nate. Zum zweiten in einer Runde. Jawohl. Zieh. So muss das sein. Oh, Snyder. Scheißegal. Jawohl. Den zweiten Across the Map in einer Runde. So muss das sein. Ja. Oh nein. Oh, der ist schon weak. Verpisst dich, teammate. War das ein teammate? Ja, weil ich einen roten Punkt auf der Minimap gesehen habe. Okay, das war schlecht gemacht von mir. Da kann man mit der VMP nicht ins Aim-Duell gehen. Gegen den Sniper. Vor allem nicht auf diese Distanz. Aber egal. Das machen die Across the Map Nades wieder weg, würde ich sagen. Komm, noch einen. Oh, das wäre zu traumhaft gewesen, glaube ich. So, den hole ich mir noch eben schnell. Okay, den hole ich mir nicht. Scheißegal. 13 se- 13 sech. Damit würde ich sagen, bewerten, kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Video. Euer Elpipslaunch. Tschüss. 13 se- Untertitelung des ZDF, 2020